Um rechte Maschen aufzutrennen, stechen Sie mit der linken Nadel in die Schlaufe unter der zuletzt gestrickten Masche. Lassen Sie die Masche von der rechten Nadel gleiten und ziehen Sie den Arbeitsfaden vorsichtig aus der Schlaufe auf der linken Nadel. Damit haben Sie eine rechte Masche aufgetrennt. Wiederholen Sie diese Schritte, bis Sie die Fehlerstelle erreichen. Um linke Maschen aufzutrennen, stechen Sie mit der linken Nadel unter die hochstehende Linksschlaufe unter der letzten Masche auf der rechten Nadel. Lassen Sie die Masche von der rechten Nadel gleiten und ziehen Sie den Arbeitsfaden vorsichtig aus der Schlaufe auf der linken Nadel. Damit haben Sie eine linke Masche aufgetrennt. Die Masche von der rechten Nadel Säden